Wir haben es geschafft. Und das nächste Rätsel. Wahre Detektivarbeit. Ich hoffe in diesem Fall, dass David gute Tracking-Skills hat. Das müssen wir jetzt nicht ernsthaft vergleichen. Da bin ich ja mal sowas von Robus. Does David know what's going on with Rachel or is he just paranoid about everybody? Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. You need to get rid of these damn cameras, David. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. At least David was finally going after the right suspect. Wieso scheinbar Sachen wie mit Nathan zusammenhängen? So, hier, hier. So, und... Looks like this isn't the right combination. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Das macht keinen Sinn, Max. Ich verstehe es ja nicht so wirklich. Was gemacht werden muss. Was? Möge. Ich muss mich etwas missen. Und das ist alles, was sie geschrieben hat. Bitte lass mich etwas Knösen über Nathan finden. und wir haben was erfunden, dumas ach, was ich finde, welches Auto ist Nathan's, um die Koordinaten zu matchen ja, ein anderes Auto, den David zu tracken Uff, wir hätten jetzt nicht die Koordinaten aufgelaufen Zahnvergleichen oder was hm, SUV Ich würde mal sagen, hier TWLGHTZN 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 Nächstes Moment, was wir vergleichen können hm, wer noch was David tracking hier sprichst nicht ok, das ist nur schrecklich, Max ähm komm komm nathans licensplate number, dann matche es mit den Koordinaten ok, die licensplate number von ihm wird auch das Auto sein hm 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 ah ok ah das mit dem Kleber noch am Rand das muss das sein, das gehört zu dem hier Das ist dein Auto, der Koordinaten muss hoffen, SXFT. Da steht überall kein SXFT. Achso, da oben. Ansehen, SXFT. Die Liste ist es. Okay. Hinweise gefunden. Es war schwer. Okay, es fehlt noch Hinweise. Und weiter geht es Spaß. Okay, SIM-Karte, Zeichnung, Flyer, Schulakt, Papier. Ja. Vier Pokémon. Oh. 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 So busted. It's good to see the Prescott's can't cover up all their tracks. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier vielleicht und das hier. Aha. So cool. Inziffern. Let's start hacking. Verschleppen, Königkämpfen, du schlamperst. Meine Tür rüllen jetzt. Dann Stipendium ist Geschichte. Ah, ja. Okay. Und tappen. Okay. Simpin. 1,1,1. Also was mit 5,4,2. Ist zu kurz. Und die 5,4,2 ist hier rot verstrichen. Bei 9,5,3,5. Ist hier eingekriegelt. 9,5,3,5. Können wir nicht anklicken. Müssen wir kombinieren. Ups. Bad Code. und move. Und move. Ja, ich wusste es nicht so einfach wäre. Du lockt es, dumm. Und der Puck. Scheiße. 535 ist es nicht das ist vielleicht zusammen zählt 535 4 2 das wird dann wahrscheinlich zu pupsen darum geht es uns ja nicht mal die puk haben wir hier simpel vielleicht versuchen wir es einfach das 1 1 1 1 dachte ich mir auch schon auf jeden fall die puk drauf und was sollte seine schlöer akte dazu tun ja 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 Da wird auch wohl nicht sein, ein Telefon durchschnitt 3,7.4, das passt nicht rein, das ist zu wenig. 19 August 1995, wäre ein Versuch wert, ich glaube zwar nicht dran. Ich wusste nicht, dass es nicht so einfach wäre. Hmm. Ansonsten... Weiß jetzt auch nicht. So ein Pin. Mal kurz noch ein bisschen zuspulen. 5,4,2 ist nicht, nur 5,8 vielleicht, oder 4,4,3,6. Ups. Schade Code. Wir haben unendlich viele Möglichkeiten. Unendlich viele Chancen. Weil wir ja die Zeit zurückdrehen können. Die Traumende ziehen den Hackers. Hm. Aber was könnte in der Stühleakte stehen, was uns da noch weiterhilft? Ausdelefon, Handy, Arbeit. Der wird wohl kaum eine Telefonnummer als Pin. Das wäre ja Blödsinn. Ein richtiger Blödsinn wäre das. Hm. Jetzt müssen wir das Handy einfach sperren. Und dann ein Buch eingeben. Ja, ich wusste es nicht. Und dann wieder... Und der Puck. Okay, die Puck war jetzt... Müssen wir uns merken. Ich glaube zwar nicht, dass das so einfach wird, aber... 8,7, 8,9, 7,8,0. 8,7, 8,9... Verdammt, okay. Noch mal kurz ein... Foto. Ja, so machen wir es. Ist ein bisschen schummeln, ich weiß, aber... 8,7... 8... 0... 0... 0... 0... 0... 0... 0... Oh, ja, let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide, okay? What's up need to be okay? Cool Bitch to search me what are as well? Come down brings and gets to me when thing it's Stay away pink speaks on the beach Yes, this is all about Nathan trying to score for the Vortex Club Party Your home good to party tonight Home On the way Load the ball Nathan was jonesing hard the night of the party He didn't have enough drugs Brauchst trinken, ich mache keine Hausbesuche, du hast ein Auto, keine Zeit Ich zahle es doppelte, links, weh, du hast es nichtbar, keine Spielerei in Adresse Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an, auf der Weg, hält dein Geld bereit Drugs-Dealer-Drama Alter, bist du wach, was willst du? Kokain Skidu Acid Du zahlst die Nachtausaufschlag, ich lasse mich nicht warten So, die WG vorhin Brauche mehr, bist du da? Ja, komme nicht Komme nicht und weg dich Verdumt Nesterum kam, fuck off Überbruch, Gas, etc., sofort Beruhig dich, flippst auf und flippst aus Bald, sei cool, bitte Strand, benimm dich diesmal Der ist süchtig Hat er eine große Klappe oder ich mache dich platt, ich weiß, wo du schläfst Nein, Nathan, es ist Zeit für dich, zu schau Ey, nur der Mann sind die Höhren ausgelöscht Ach, die Nachricht habe ich auch bekommen Ist das von Nathans Vater? Das ist brutal Das hätte mir jetzt auch bekommen In deinem Handy Bitte ruf mich nicht auf Arbeit an Ich habe dir das schon mal gesagt Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten Du willst, dass ich dich wie einen selbstständigen Erwachsenen behandle Beeindruckt für mich Nichts wäre mir lieber als stolz auf dich sein zu können Arbeite dran Ah, ok Ah, ok Große Scheiße Was haben wir hier So haben wir hier So haben wir drei Drei sammeln Ach, gleich ausgedruckt Erst im Handy habe ich gar nichts kapiert Uff, uff, uff Im Handy habe ich nichts gekriegt Der Rotz Das ist ein Piech Ok, stimmt Der hat ein bestimmtes Datum Wann er Gras bekommen hat Uff Die Leute Der kriege ich doch niemals auf die Reihe Wieso werde ich das denn jetzt hier kombinieren Meine Fresse Ok, eine Nachricht schreibt auf jeden Fall Was sind nun die richtigen Miteinander mit dem richtigen kombinieren Alles andere Ok, da steht nichts drauf 10.4 10.4 Ok Für die Parts Für die Parts braucht das Bis da fette Na, fette 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 heute Nacht Zuhause Stuck die Pfeife Das wird es nicht bringen Das ist beides 10.4 5.20 39 Und da ist die Fette Das heißt Da ist ein Hinweis darauf Das ist ein Hinweis darauf Ich würde das auswählen Das hier Da steht drauf Das ist ein Hinweis darauf Das ist ein Hinweis darauf 10.4 10.4 10.4 10.4 10.7 10.7 10.7 10.4 10.4 10.4 Nein 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 10,4, 10,4 10,4, 17,4 Das kommt, vielleicht sein Ja, holy shit Und das jetzt Ja, das müssen wir Ja, das war die Die 10,4 11 11 sind vierte das hauschen sind vierte 11 21 das hauschen das hier die 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 ist, dass wir uns nicht glauben können. Wir können uns nicht glauben. Also müssen wir uns in der Farmhaus gehen. Ich habe Angst, dass du das gesagt hast. Wir können Warren nennen, weil er sich Nathan hat. Es ist nur die beiden, niemand anderes. Und ich bin nicht Angst. Du hast die Macht. Ich fühle mich, dass wir so nahe zu finden, Rachel. Wir müssen sie finden, Max. Wir werden. Aber remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, Sir. But. I'll see you soon. If you fall,